Musik Jeder zweite Deutsche nimmt regelmäßig Medikamente. Die Patienten vertrauen den Versprechen der Pharmaindustrie. Der auch in der Öffentlichkeit immer noch vorherrschende Irrglaube, ein Arzneimittel, was zugelassen ist, ist sicher, ist eindeutig nicht richtig. Mindestens 16.000 Menschen sterben allein in Deutschland jährlich durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Werden Risiken verschwiegen? Meine Frau könnte heute noch leben, wenn Pfizer rechtzeitig informiert hätte über die Risiken des Medikaments, das meine Frau eingenommen hatte. Insider erheben schwere Vorwürfe gegen eine Milliardenindustrie. Sie verkaufen ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu machen. Nichts anderes. Falls sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um ihnen zu helfen, vergessen sie es. Vergiss es! Musik In der Nähe von Köln, bei Bahnkilometer 26-3, legt sich die 49-jährige Monika Kranz auf die Bahngleise. Für ihren Mann ist ihr Selbstmord bis heute unfassbar. Sie war eine sehr, sehr fröhliche Frau. Und das würden auch all ihre Freunde und Bekannte bestätigen. All die Menschen, die sie kannten, die waren total geschockt und dachten, das kann doch nicht sein. Gerade nicht die Monika. Sie war doch so eine lebhafte Frau. Musik Monika Kranz hatte gerade erst geheiratet, bereitete sich auf ihren 50. Geburtstag vor. Dieses Foto entstand kurz vor ihrem Selbstmord. Sie hatte gerade ihre Arbeitsstelle verloren. Monika Kranz fühlte sich gelegentlich betrübt und antriebsschwach. Ein Arzt verschreibt ihr ein Mittel, das ihre Stimmung aufhellen soll. Das Medikament so läuft. Ein Antidepressivum. Doch nun geht es Monika Kranz statt besser immer schlechter. Musik Sie war verschlossener und war aber auch nachts halt unruhig. Hatte Schweißausbrüche gehabt und sie hatte so eine innere Unruhe. Monika Kranz leidet unter den Nebenwirkungen des Medikaments. Nach zwei Wochen Einnahme von Soloft bringt sie sich um. Hinterlässt ihrem Mann und ihrer Tochter nicht mal einen Abschiedsbrief. Das Präparat Soloft des Herstellers Pfizer gehört zu einer Gruppe von neueren Antidepressiva. Sie sollen Hirnfunktionen aktivieren und so Depressionen bekämpfen. Doch solche Antidepressiva können eine besonders gefährliche Nebenwirkung entfalten. Warnen Experten. Eine, die uns hier besonders große Probleme und Sorgen bereitet hat, auch bei der Asnahmelkommission, ist eine zwar seltene, aber dafür sehr gravierende und unter Umständen tödliche Nebenwirkung. Und das ist die Erzeugung oder Verstärkung von Selbstmordtendenzen. Das kann tödlich ausgehen. Selbstmord als Nebenwirkung? Als Monika Kranz 2005 Soloft einnimmt, steht davon nichts im Beipackzettel. Nach dem Tod seiner Frau beginnt Lothar Schröder nachzuforschen. Ein paar Tage nach dem Tod meiner Frau habe ich einfach mal im Internet geschaut, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dem Medikament, was sie zuletzt genommen hat, und dem Suizid, dem Selbstmord meiner Frau. Und ich habe aber jetzt nicht das deutsche Wort angegeben, sondern das englische Wort Suicide und zur Luft. Und habe dann sofort im Internet jede Menge englischsprachige Dokumente gefunden und Seiten von Anwaltskanzleien, die Kläger in den USA vertreten, denen das Gleiche passiert ist wie meiner Frau. Tatort Albuquerque, New Mexico, 25. September 2003. Mark Rimbert bricht weinend zusammen. Sein Vater ist Armut gelaufen. Eigentlich wollte er seine Eltern besuchen. Als er deren Haus betritt, ahnt er nicht, was ihn dort erwartet. Mein Vater saß am Küchentisch und hatte sich erschossen. Ich bin dann weitergegangen und habe nach meiner Mutter gesucht und habe sie dann erschossen im Schlafzimmer gefunden. Auf dem Tisch finden die Ermittler eine Medikamentenflasche. Es ist Prozac. Das bekannteste Antidepressivum in den USA. Hergestellt von der Firma Lilly. Vom gleichen Wirktyp wie das Pfizer-Präparat Soloft. Der Vater von Mark Rimbert war ein rechtschaffener Bürger. Nie straffällig. Seine Familie bedeutete dem mehrfachen Großvater alles. Das Antidepressivum hatte er nur wenige Wochen eingenommen. Seit kurzem war Marks Vater Rentner. Damit kam er noch nicht zurecht. Prozac sollte ihm helfen. Ich glaube, dass er Prozac einnahm. Er hatte viel mit seinem geistigen Zustand und seiner Stabilität zu tun, zu diesem Zeitpunkt. Denn ich glaube nicht, dass er das ohne Prozac getan hätte. Prozac von Lilly, Soloft von Pfizer. Zwei Antidepressiva des gleichen Wirktyps und mit gleichen Nebenwirkungen. Lothar Schröder ist überzeugt, dass Soloft seine Frau in den Tod trieb. Er will gegen den Pharma-Riesen klagen. Jetzt habe ich einen Anwalt eingeschaltet und wir werden gegen Pfizer klagen und fordern Schadenersatz und Schmerzensgeld. Auch Mark Rimbert in den USA zieht jetzt vor Gericht. Sein Gegner ist der Hersteller Lilly. Diese Antidepressiva zerstören Persönlichkeiten, behaupten seine Anwälte. Dieser Mann war niemals selbstmordgefährdet. Zweitens war der Selbstmord gewalttätig, in diesem Fall sicher. Der Mann hat sich mit einer Waffe erschossen. Drittens war der Mann besessen von dem Gedanken, sich umzubringen. Das ist hier klar der Fall. Denn er hat fünfmal auf seine Frau geschossen. Er hat seinen Hund erschossen und dann hat er sich selbst erschossen. Und dieser Mann war in seinem Leben noch nie gewalttätig. Und er war auch nie selbstmordgefährdet. Prozac geriet bereits wenige Jahre nach seiner Einführung in die Kritik. 1991 kommt es zu einer Anhörung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA. Dutzende Prozac-Opfer berichten über Suizide und Tötungen. Ich versuchte vor meinen fünf Kindern Selbstmord zu begehen. Ich wusste nicht, was ich tat. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Mann mir die Waffe wegnahm und meine Kinder aus dem anderen Raum zusahm. Nachdem meine Frau 21 Tage Prozac genommen hatte, erschoss sie unsere beiden Jungen. Dann richtete sie die Waffe gegen sich, schoss zweimal. Meine Schwester hätte sich nie, niemals vor ihrer kleinen Tochter umgebracht. Sie hätte es nie getan. Prozac brachte sie dazu, es zu tun. Dennoch bleibt das Medikament auf dem amerikanischen Markt. Lilly will in den 80er Jahren auch den europäischen Markt erobern. Zuerst Schweden. Die Kontrollbehörden gelten als besonders sorgfältig. Lillys Plan, so Insider, wenn das Mittel in Schweden zugelassen wird, dann ziehen Länder wie Deutschland und Großbritannien nach. Milliardengewinne wären garantiert. Dafür seien Lilly fragwürdige Methoden recht gewesen, sagen Experten. Lilly hat dafür gesorgt, dass zum einen Risikodaten, zum Beispiel über die Erzeugung von Suizidalität oder auch aggressiven Zuständen usw., möglichst nicht an die Öffentlichkeit kamen. Sie hat Kollegen, die solche Daten hatten, massiv bedroht, juristische Konsequenzen angedroht. Und sie hat natürlich auch, wie andere Hersteller, dafür gesorgt, dass Studien, deren Ergebnisse nicht in ihrem Interesse waren, gar nicht veröffentlicht wurden. Dieser Mann kennt das alles, verfügt über Wissen aus erster Hand. John Virepin war jahrelang Geschäftsführer von Lilly in Schweden. In einem Banksafe bewahrt er Beweise auf. Seine Aufgabe, erklärt er uns, war es, Medikamente mit massiven Nebenwirkungen in den Markt zu drücken. Heute ist er abgetaucht, fürchtet um sein Leben. Erstmals geht er vor die Kamera. Ich bin ein Insider und wegen der Dinge, die ich sage, habe ich viele Feinde. Und das ist die einzige Absicherung, die ich habe. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst davor, dass Sie mir, meiner Familie oder meinen Freunden Schaden zufügen könnten. Diese Leute sind zu allem fähig. Der ehemalige Lilly-Geschäftsführer behauptet, er habe den Auftrag bekommen, für die Zulassung des Prozac-Wirkstoffs zu sorgen. Dafür habe er Wissenschaftler und Behörden bestochen. Das soll so gelaufen sein. John Virepin sucht bei der schwedischen Zulassungsbehörde nach einer schwachen Stelle. Er findet sie. Ein Wissenschaftler, einflussreich und bestechlich. Er spioniert seine Vorlieben aus, lädt ihn in Nobelrestaurants ein. Ich hofierte ihn, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich sicher fühlte. Dann habe ich ihn gefragt. Ich sagte ihm, ich weiß, dass Sie der Mann sind, der für dieses Medikament zuständig ist. Was wäre nötig, damit Sie die Zulassung beschleunigen? Er lachte. Und er sagte, also Geld ist immer gut. Ich sagte, prima, wie viel Geld wollen Sie? Er antwortete, so 50.000 Kronen jetzt und wenn der Job erledigt ist, zahlen Sie die anderen 50.000 Kronen. Das waren zusammen gerade mal 20.000 Dollar. Ein Schnäppchen, erinnert sich Virepin. Jetzt will er bei der Zulassungsbehörde noch einen hohen Einführungspreis aushandeln. Das gelingt. Alles läuft nach Plan. Doch dann gibt es Schwierigkeiten bei einer Zulassungsstudie. Eine Woche, nachdem die Studie begonnen hatte, haben zwei Patienten versucht, Selbstmord zu begehen. Panik brach aus. All diese amerikanischen und britischen Mediziner kamen zu mir ins Büro gerannt, um darüber zu beraten, was jetzt zu tun sei. Ich denke, dass diese Studie abgebrochen wurde. Denn es zeichnete sich ab, dass die Nebenwirkungen bekannt werden würden. Bad Homburg. Der deutsche Sitz des Pharma-Riesen Lilly. Wir wollen von Lilly wissen, wann die Firma von den Nebenwirkungen wusste. Kein Interview. Schriftlich teilt man uns ganz allgemein mit, dass für das Unternehmen, Zitat, die Qualität seiner Produkte und Sicherheit der Patienten an erster Stelle stehen. Wir fragen weiter nach, ob Bestechung bei der Zulassung in Schweden im Spiel war. Keine Antwort. Das Bundesinstitut für Arzneimittel. Hier entscheiden Beamte darüber, ob ein Medikament in Deutschland zugelassen wird. Lilly versucht auch bei der deutschen Behörde, das Antidepressivum durchzusetzen. Frontal 21 liegt ein internes Gesprächsprotokoll zwischen Lilly-Mitarbeitern und Vertretern des damaligen Bundesgesundheitsamtes vor. Demnach sieht die deutsche Behörde erhebliche Sicherheitsmängel. Im Vergleich zu älteren zugelassenen Wirkstoffen gäbe es, so wörtlich, ein increased suicidal risk, ein erhöhtes Selbstmordrisiko. Die deutsche Behörde lehnt die Zulassung 1988 ab. Etwa ein Jahr später lässt sie das Medikament dennoch auf den deutschen Markt. Ich denke, dass die Betrügereien einfach weitergegangen sind. Jemand im deutschen Bundesgesundheitsamt muss bezahlt worden sein. Das vermute ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber nach allem, was ich weiß, ist dies in anderen Ländern geschehen. Deshalb finde ich es nicht merkwürdig, dass es auch in Deutschland passiert ist. Wir fragen nach bei der Behörde.